Herzlich willkommen zum WBSC Skills, Fokusmonat September zum Thema Windows Server und der Fokus steht auf Hyper-V. Mein Name ist Manfred Helber, für diejenigen, die mich noch nicht kennen und wir haben insgesamt vier Termine, immer montags um 13 Uhr. Heute geht es um die Grundlagen und Installation von Hyper-V, das nächste Mal um virtuelle Switches und Teaming. Da werden wir drüber sprechen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Teaming-Modes, das Switch-Embedded-Teaming und das Load-Balancing-Failover-Teaming, was dahinter steckt, was zu empfehlen ist. Wir werden am 21. September mit virtuellen Maschinen arbeiten und am 28. September schauen wir uns das Thema Import und Export und Live-Migration an. Also wir sind hauptsächlich auf Single-Hosts unterwegs. Wer sich für das Thema Clustering interessiert, da gibt es aber einige Videos auf YouTube von mir, wo ich das Ganze erkläre. Heute haben wir den Fokus, wie gesagt, auf den Grundlagen. Wenn ihr irgendwo so ein Video von mir mal sucht, wenn ihr irgendwo vielleicht mal etwas verpasst habt, könnt ihr jederzeit vorbeischauen auf YouTube. Dort gibt es eine Möglichkeit, nach Manfred Helber zu suchen oder ihr gebt gleich ein youtube.com slash manfredhelber und dort findet ihr all meine Videos. Kanal am besten abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und heute geht es um die Grundlagen. Zunächst mal ein bisschen das Thema Lizenzierung ist auch wichtig. Dann werden wir Hyper-V auf dem Windows Server 2019 anschauen. Wir werden uns die Hyper-V Server Einstellungen ansehen und Hyper-V unter Windows 10. Hyper-V unter Windows 10, deswegen, da gab es in letzter Zeit einige Fragen dazu. Und natürlich gibt es dort auch Hyper-V mit minimal anderen Funktionalitäten als beim Server. Aber wenn ich eine Testumgebung brauche, kann ich da durchaus sehr gut damit arbeiten. Gut, und damit starten wir mit den Grundlagen Lizenzierung. Ihr nutzt fleißig den Chat, wenn es Fragen dazu gibt. Windows Server 2019 Editionen mit Hyper-V wären der Windows Server 2019 Essentials, der Windows Server 2019 Standard und der Windows Server 2019 Datacenter. Also, in allen drei Editionen ist Hyper-V enthalten. Bei Essentials müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der Essentials darf nur sich selbst virtualisieren. Der Server Standard, der darf bis zu zwei VMs betreiben mit Windows Server in der Version 2019 oder älter. Und im Windows Server 2019 Datacenter, da haben wir die, ja sagen wir mal, Virtualisierungs-Flatrate. Also, da haben wir keine Limitierung bei der Anzahl der virtuellen Windows Server Nutzungsrechte. Wir dürfen also auf dem lizenzierten Host beliebige viele VMs mit Windows Server 2019 oder einer Vorgängerversion betreiben. Es gibt noch zwei zusätzliche Möglichkeiten, Hyper-V zu nutzen. Es gibt nämlich einmal den kostenfreien Hyper-V Server. Das ist aber keine Edition, deswegen ist er nicht obendran bei den blau markierten, sondern der kostenfreie Hyper-V Server ist, wie es der Name sagt, kostenfrei. Er enthält aber keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte. Das bedeutet, ich kann damit Hyper-V betreiben und ich kann Linux VMs virtualisieren. Aber sobald ich einen Windows Server virtualisieren möchte, brauche ich eine Lizenzierung des physischen Hosts mit Essentials, mit Standard oder mit Datacenter. Und da ist ja Hyper-V mit drin, wie wir gerade gehört haben. Also der kostenfreie Hyper-V Server ist eher für Testzwecke, Entwicklungszwecke. Oder er ist dann interessant, wenn mein Workload lizenziert ist und ich aber eine neuere Hyper-V Version nutzen möchte, ohne die neuere Windows Server Version zu erwerben. Wichtig zu dem kostenfreien Hyper-V Server, der wird immer als Server Core installiert. Das wird leider häufig verwechselt, denn wenn Windows Server Standard und Datacenter, den können wir grafisch oder als Server Core installieren. Trotzdem müssen wir ihn lizenzieren. Der kostenfreie Hyper-V Server, den gibt es nur in der Server Core Installation und da können wir keine GUI installieren. Die können wir auch nicht nachinstallieren oder so. Das ist ganz wichtig. Wenn ich über den Server Core referiere, haben nämlich viele sofort eine Verknüpfung zum kostenfreien Hyper-V Server. Das wäre falsch. Also Server Core gibt es bei Standard, gibt es bei Datacenter und gibt es beim kostenfreien Hyper-V Server. Standard und Datacenter können zusätzlich auch mit einer GUI installiert werden und den Essentials gibt es nur mit GUI. Auch in dem neuen Azure Stack HCI Operating System ist Hyper-V enthalten. Das wurde ja im Rahmen der Microsoft Inspire vorgestellt. Das ist ein neues Betriebssystem für den Aufbau einer Hyper-Converged Infrastructure. Und dieses Betriebssystem ist aber noch nicht verfügbar. Das können wir testen. Da gibt es eine Evaluationsversion, da gibt es eine Testversion. Verfügbar sein soll das im Herbst bzw. gegen Ende des Jahres. Dort ist auch Hyper-V enthalten und in diesem Azure Stack HCI Operating System, da haben wir die Situation, dass wir auch keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte haben, sondern die ergeben sich durch die Lizenzierung des Hosts mit Standard oder mit Datacenter an dieser Stelle. Jetzt haben wir eine Frage, bezieht sich das Nutzungsrecht nur auf Standard oder Datacenter VMs oder ist das unabhängig? Ich darf immer in den VMs nur die Version installieren, die ich lizenziert habe oder eine kleinere oder geringwertigere, sagen wir mal. Das heißt, mit einem Server Standard als Host darf ich in der VM kein Datacenter betreiben. Wenn ich aber meinen Host mit Datacenter lizenziert habe, darf ich in der VM Datacenter oder Standard betreiben. Meine Empfehlung, und das werde ich aber später auch nochmal erklären, wäre die VMs immer mit Standard zu installieren. Denn die typischen Datacenter Features, die brauche ich innerhalb der VM nicht. Die brauche ich auf dem Host. Datacenter hat ja exklusiv zum Beispiel die Technologie Storage Spaces Direct. Datacenter hat exklusiv die Shielded Virtual Machines und solche Dinge. Das sind sehr spannende Funktionalitäten, aber die brauche ich typischerweise auf dem Host. In den VMs, da läuft dann mein Domain Controller, da läuft vielleicht mal eine hochverfügbare Exchange Implementierung, ein hochverfügbarer SQL Server. Das geht aber alles mit dem Windows Server Standard. Warum empfehle ich Standard zu installieren, auch wenn der Host mit Datacenter lizenziert ist? Wenn ich meine VM mit Standard lizenziert habe, dann darf ich die verschieben auf einen Standard-Host oder auf einen anderen Datacenter-Host. Wenn aber meine VM mit Datacenter lizenziert ist, darf ich die nur auf einen anderen Datacenter-Host verschieben und bin damit natürlich ein bisschen unflexibler. Auch ein weiterer Grund für das Installieren von Standard innerhalb der VM ist, ich kann jederzeit von Standard auf Datacenter wechseln ohne Neuinstallation. Das heißt, ich kann so einen Editionswechsel durchführen ohne Neuinstallation. Der Server muss zwar einmal neu starten, das heißt, ich habe eine kurze Betriebsunterbrechung, aber das geht. Das heißt, wenn ich in so einer VM feststellen sollte, Standard passt doch nicht, ich bräuchte eins der Datacenter-Features, dann mache ich einfach den Edition-Change. Was aber nicht geht, von der höherwertigen Edition auf die kleinere zu wechseln. Ich kann also nicht von Datacenter auf Standard gehen, von daher bin ich da von vornherein etwas unflexibler. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Wir schauen uns jetzt ein bisschen weiter die Lizenzierung an, wenn es um das Hyper-V geht. Kostenfreier Hyper-V-Server, da spielt die Anzahl der Kerne keine Rolle, weil wir haben Hyper-V kostenfrei zur Verfügung gestellt für beliebige Systeme. Interessant wird es erst, wenn wir VMs betreiben möchten, dann müssen wir es nämlich genauso lizenzieren, wie wir das hier hören. Lizenziert werden immer die physischen Kerne, es gibt also keine Möglichkeit, die VMs zu lizenzieren. Auch in dem kostenfreien Hyper-V-Server oder in dem Azure Stack HCI Operating System, was dann Ende des Jahres verfügbar sein wird, können wir nur über den physischen Host virtuelle Nutzungsrechte erreichen. Das heißt, es werden lizenziert physische Kerne der physischen Server und zwar in jedem Server, so wie wir das von Windows Server 2019 kennen, immer mindestens 16 Kerne, aber alle Kerne, die im Server verbaut sind. Das ist die Voraussetzung, das ist das Standard-Lizenzierungsvorgehen und daraus ergeben sich dann virtuelle Nutzungsrechte. Wenn ich zum Beispiel alle Kerne meines Servers mit Windows Server 2019 Standard einfach lizenziere, dann habe ich zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Und wenn ich alle Kerne meines Servers erneut mit Standard lizenziere, mindestens aber wieder 16, dann habe ich wieder zwei weitere virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Und wenn ich das nochmal mache, dann habe ich insgesamt sechs virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. So reden wir mal über ein Beispiel. Nehmen wir an, der physische Server hätte zehn Kerne, dann müsste ich 16 lizenzieren für zwei virtuelle Nutzungsrechte, 32 für vier virtuelle Nutzungsrechte oder 48 für sechs virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Das macht man über diese Basis-Lizenz und fügt dann eine Additional Core Lizenz hinzu und hat dann die entsprechenden Usage Rights. Wenn mein physischer Server 20 Kerne hätte, muss ich 20 Kerne lizenzieren, damit ich zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte habe, 40 für vier virtuelle Nutzungsrechte und 60 für sechs virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Also bei jeder Lizenzierungsrunde alle Kerne, mindestens aber 16. Hätten wir den Server mit Datacenter lizenziert, alle Kerne mit Datacenter, dann hätten wir auf diesem Host unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Bei Hyper-V gibt es da ganz häufig Verwirrungen bezüglich der Architektur und den tatsächlich enthaltenen Nutzungsrechten. Wenn wir uns das mal anschauen, wie implementieren wir sowas? Wir haben unsere physische Hardware und wir installieren dort Windows Server 2019 und dort aktivieren wir die Rolle Hyper-V und durch aktivieren der Rolle Hyper-V erhalten wir unseren Hypervisor. Und was wir hier draußen sehen, sind die Nutzungsrechte, die im kostenfreien Hyper-V Server enthalten sind. Nur, dass der Windows Server 2019, den wir dort links stehen haben, ein Server Core ist und kein grafischer Server. Häufig vermuten Kunden, dass der Hyper-V Server anders aufgebaut wäre, aber so ist es nicht. Es gibt auch dort einen Hypervisor und ein sogenanntes Parent Operating System oder eine sogenannte Parent Partition, die zuständig ist für das Ressourcenmanagement, die zuständig ist für das Bereitstellen von Gerätetreibern und das ganze Handling. Von dort aus, von dieser Architektur, können wir jetzt anfangen, virtuelle Maschinen anzulegen. Und was wir jetzt sehen, ist genau der Nutzungsumfang, der inkludiert ist bei korrekter Lizenzierung der Hardware mit Windows Server 2019 Standard. Nämlich die Parent Partition mit Hyper-V und zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Diese zwei virtuellen Windows Server Nutzungsrechte haben wir beim kostenfreien Hyper-V Server nicht. Das heißt, wenn ich den kostenfreien Hyper-V Server nutze, müsste ich dem Host zusätzlich eine Standardlizenz hinzufügen für mindestens 16 Kerne, um diese zwei virtuellen Nutzungsrechte zu haben. Wenn der Host mehr Kerne hat, müssten auch mehr Kerne lizenziert werden. Und da in der Standard Edition Hyper-V mit drin ist, macht das dann gar keinen Sinn, den kostenfreien Hyper-V Server zu verwenden. Es war früher mal anders. Denn bei Windows Server 2008, 2008 Release 2 war es so, dass der kostenfreie Hyper-V Server mehr Features hatte als Hyper-V in der Standard Edition. Seit Windows Server 2012 ist das eigentlich nicht mehr so. Das heißt, seit Windows Server 2012 haben wir auch in der Standard Edition so Funktionalitäten wie Clustering und so weiter ohne Einschränkungen inkludiert. Natürlich haben wir das vorhin erwähnte Storage Spaces Direct in der Standard Edition nicht drin. Die Shielded VMs in der Standard Edition nicht drin. Das ist aber auch im kostenfreien Hyper-V Server nicht enthalten. Da haben wir natürlich auch kein Storage Spaces Direct. Das heißt, der kostenfreie Hyper-V Server wäre hier doppelt, wenn wir ihn einsetzen. Interessant könnte das Szenario nur sein, wenn ich in diesen beiden VMs eine ältere Windows Server Version ausführe. Und die habe ich bereits lizenziert. Und den Hypervisor, den möchte ich aber mit der neuesten Version haben. Das könnte ein interessantes Szenario sein für den kostenfreien Hyper-V Server. Also was wir hier draußen sehen, ist jetzt gerade der Nutzungsumfang bei Lizenzierung aller Kerne des Hosts mit Standard mindestens 16. Wenn wir die Kerne nochmal alle lizenzieren, mindestens wieder 16, dann hätten wir diesen Nutzungsumfang und nicht nochmal eine weitere. Das ist jetzt wichtig. Das wird dann nämlich häufig verwechselt, dass dann Kunden denken, naja, dann haben wir noch eine fünfte VM. Das so ist es nicht. Wir haben immer die Host-Nutzungsrechte plus virtuelle Nutzungsrechte. Und bei Standard ist es so, Host-Nutzungsrecht plus zwei virtuelle Nutzungsrechte je Lizenzierungsrunde. Das kann ich natürlich weiter treiben. Irgendwann bin ich aber an dem Punkt, wo es effizienter wäre, Datacenter zu lizenzieren. Weil bei Lizenzierung des Hosts mit Datacenter entstehen unlimitiert viele virtuelle Windows Server-Nutzungsrechte. Naja, jetzt gibt es noch ein paar Spezialfälle. Wenn wir zum Beispiel Hyper-V Replica nutzen, dann wäre es so, dass wir bei Hyper-V Replica ja virtuelle Maschinen zwischen zwei Hosts replizieren. Und wir müssen immer dafür Sorge tragen, dass auf jedem Host die VMs lizenziert sind, die dort laufen. Ich muss nicht die VMs lizenzieren, die dort abgelegt sind, sondern die, die dort aktiv laufen. Naja, das würde bei einem Hyper-V Replica ja so aussehen. Wenn ein Host ausfällt, würde ich die VMs auf den anderen Host umschalten. Das kann ich kontrollieren. In dem Zeitpunkt muss ich sicherstellen, dass der linke Host vier virtuelle Windows Server-Nutzungsrechte hat. Kann ich wieder über ein Stacking der Lizenz machen. Auch im Cluster ist es so, wenn wir uns einen traditionellen Cluster anschauen mit Hyper-V, dann wäre es so, dass virtuelle Maschinen in Abhängigkeit von der Lastsituation oder bei Ausfall eines Clusterknotens auf die verbleibenden Clusterknoten umgelagert werden. Das passiert automatisch. Das könnten wir unterbinden, können wir aber vielleicht nicht immer dabei sein, wenn das passiert. Das heißt, ich muss halt dafür Sorge tragen, dass ich in diesem Failover-Fall auf dem Zielsystem alle virtuellen Maschinen ausführen darf. Für den Windows Server brauche ich dafür keine Volumen-Lizenz oder keine Software-Assurance. Das geht alles mit der kosteneffizienten OEM-Lizenz. Ich muss nur dafür Sorge tragen, dass auf jedem Host der Workload, der dort läuft, zu jeder Zeit auch lizenziert ist. Das bedeutet, wenn wir das zusammenfassen, ganz wichtig, für Windows Server gibt es keine Lizenz-Mobilität. Ich kann also nicht Lizenzen beliebig hin- und herschieben, sondern die Lizenz hat immer eine Verbindung zu dem physischen Host. Nicht dauerhaft, da sprechen wir gleich noch drüber, aber die wird einem Host zugeordnet. Wenn ich also eine virtuelle Maschine wirklich mobil haben möchte, dann muss ich wissen, die VM hat keine Lizenz. Ich muss nur sicherstellen, dass auf dem Host, wo sie läuft, ein freies virtuelles Nutzungsrecht vorhanden ist, was sie konsumieren kann. Das ist natürlich immer gegeben mit Data Center. Das heißt, wenn ich nicht rechnen möchte, dann lizenziere ich einfach jeden Host mit Data Center. Dann habe ich dort unlimitiert viele virtuelle Nutzungsrechte. Wenn ich aber in einem kleineren Szenario die Kosten optimieren möchte, dann kann ich das sehr schön tun mit dem Stacking. Also von daher, Software Assurance brauchen wir nicht für Clustering, brauchen wir nicht für Hyper-V, Replica, sondern wir haben die Software Assurance aus Gründen der Nutzung von jeweils neuesten Versionen, aus Gründen des erweiterten Supports und so weiter, aber nicht für die Hochverfügbarkeits-Szenarien. Jetzt hatte ich gesagt, es gibt keine Lizenzmobilität für Windows Server. Das ist auch richtig, aber für Windows Server 2019 gibt es Lizenzbedingungen, die es uns erlauben, diese Lizenz jederzeit einem neuen Host zuzuweisen. Das ist wichtig für die OEM-Lizenz, gilt auch nur für die OEM-Lizenz. Die Volumen-Lizenz ist immer 90 Tage an den Host gebunden, aber eine OEM-Lizenz dürfte ich im Prinzip jede Minute einem anderen Host zuordnen. Ich muss es nur dokumentieren. Das heißt, es ist keine Lizenzmobilität, die gibt es nämlich wirklich nicht für den Windows Server, weil dann könnte ich die jederzeit hin und her schieben, ohne was dokumentieren zu müssen, sondern ich muss hier dokumentieren. Das heißt, das ist typischerweise etwas, was ich mache, vielleicht im unerwarteten Failoverfall, könnte ich die Lizenzen einem anderen Host zuordnen, bei einem Hardwarewechsel, bei einem Verschieben von VMs auf einen anderen Host, wo es zu einer Umlagerung kommt, das geht alles. Das geht durch die neu definierten OEM-Lizenzbedingungen für Windows Server 2019. Also wir sehen, wir sind da sehr flexibel, wir müssen darauf achten, dass wir entsprechend das Ganze korrekt lizenzieren. Jetzt hatte ich gesagt, Voraussetzung ist, dass jeder Server mit 16 Kernen lizenziert wird. Das ist richtig, das ist auch bei Standards so. Bei Data Center gibt es eine Besonderheit. Bei Data Center gibt es die sogenannte Azure Stack HCI-Robo-Lizenz. Robo steht für Remote Office Branch Office. Es ist aber nicht so, dass ich unbedingt eine Azure Stack HCI-Lösung aufbauen muss. Die Idee dieser Lizenz ist, dass sie es ermöglicht, kosteneffizient Zweigstellen, also Remote Offices und Branch Offices aufzubauen. Aber ich bin als Kunde vollkommen frei, wie ich das einsetze. Das heißt, ich kann mit dieser Data Center Robo-Lizenz auch einen Hyper-V-Host aufbauen, wo ich eben nicht Standardlizenzen stacke, sondern wo ich mit dieser Lizenz hier arbeite. Ist eine tolle Sache. Gibt es bei verschiedenen OEMs. Ich nenne mal ein paar, wo ich mir sicher bin, dass sie im Angebot ist. Die gibt es bei der Firma Blutschip, die gibt es bei der Firma Wortmann, die gibt es bei der Firma Extracomputer, die gibt es bei Fujitsu, die gibt es bei Lenovo. Bei Lenovo aber zum Beispiel nur mit ausgewählten Systemen. Das kann uns schon mal passieren, dass wir es nur mit bestimmten Systemen erwerben können. Die gibt es bei der Firma Thomas Krenn. Jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Ansonsten bitte ich, das zu verzeihen. Meine Empfehlung an euch ist, wenn ihr so ein Szenario habt, wo die Lizenz passen könnte, fragt einfach nach bei eurem OEM, fragt nach bei eurem Distributor. Wenn es ein OEM ist, den ich genannt habe, dann könnt ihr sagen, der Manfred hat gesagt, bei euch gibt es die Lizenz. Wenn es ein anderer ist, dann fragt vorsichtshalber nochmal, weil nicht jeder OEM hat die Lizenz. Wichtig, diese Lizenz gibt es nicht als Volumenlizenz. Und wo ist der Vorteil? Es ist eine Datacenter-Lizenz, wo nur acht Kerne lizenziert werden müssen. Ja, das gilt aber natürlich nur für Systeme mit maximal acht Kernen. Also uns werden da keine Kerne geschenkt, sondern es ist einfach so, dass wir kleiner einsteigen können. Es ist also ein Spezialfall. Datacenter Robo-Lizenz 8 Cores hat ansonsten alle Datacenter-Features, inklusive Storage Spaces Direct, inklusive unlimitiert vieler virtueller Nutzungsrechte. Naja, und es könnte natürlich schon eine interessante Option sein. Mit acht Kernen kann ich schon einiges machen. Und bevor ich viermal Standard stacke, bin ich unter Umständen, nicht nur unter Umständen, sondern ganz sicher günstiger mit dieser Datacenter-Robo-Lizenz. Ist also eine interessante Option. Wichtig, ich kann nicht Server mit zehn oder zwölf Kernen lizenzieren. Da müssen dann wieder die mindestens 16 lizenziert werden. Aber alle Server, die kleiner gleich acht Kerne haben und wo es der jeweilige OEM mir anbietet, habe ich die Möglichkeit, mit dieser Robo-Lizenz zu arbeiten. Ist eine spannende Option und ist euch freigestellt, ob ihr das einfach für Hyper-V nutzt oder für wirklich den initial angedachten Einsatzzweck für Storage Spaces Direct. Einen anderen Spezialfall gibt es noch. Also das war jetzt Skalierung nach unten. Wenn wir extrem große Systeme haben, dann haben wir ja Stand heute die Situation, dass es Intel-basierte Systeme gibt mit zwei Sockeln mit bis zu 56 Kernen. Also jeder Sockel hat 28 Kerne. Bei AMD-basierenden Systemen ist es aber so, dass es Systeme gibt, wo jeder Sockel bis zu 64 Kerne hat. Also in zwei Sockeln 128 Kerne. Und diese Kerne sind nicht langsamer als die Intel-Kerne. Das heißt, AMD ist da im Moment, was die Skalierbarkeit angeht, vorne dran. Darum geht es jetzt aber gar nicht. Also das wollen wir gar nicht lange diskutieren. Wer hat hier mehr Leistung? Da würde ich empfehlen, dann um unabhängige Tests heranzuziehen oder das selber auszuprobieren. Das Interessante daran ist, dass es für AMD-Prozessoren ein sogenanntes Core-Cap gibt. Auch das Core-Cap wird leider häufig falsch verstanden oder falsch erklärt. Es ist also nicht so, dass sich durch das Core-Cap die Lizenzkosten halbieren, sondern es ist so, dass es eine Deckelung gibt auf 32 Kerne pro Sockel, wenn wir AMD-basierte CPUs einsetzen. Das heißt, wenn ich ein Single-Sockel-System einsetze, AMD, mit 64 Kernen, das gibt es, dann müsste ich mit dieser speziellen Lizenz nur 32 Kerne lizenzieren. Das heißt, in diesem Spezialfall würde es stimmen, ich habe nur 50% der Lizenzkosten. Wenn mein Server 48 Kerne hat, müsste ich auch 32 Lizenzieren. Wenn er 32 Kerne hat, müsste ich 32 Lizenzieren. Wenn er 20 Kerne hat, müsste ich 20 Lizenzieren. Wenn er 8 Kerne hat, müsste ich 16 Lizenzieren. Es sei denn, mein OEM bietet mir die Robo-Lizenz an. Das bedeutet also, der Core-Cap legt einen Maximalwert für die zu lizenzierenden Kerne fest, wenn wir AMD-basierte CPUs haben. Und diesen Core-Cap gibt es nach meinem Kenntnisstand im Moment bei zwei OEMs. Zunächst ist mal natürlich das Thema, es macht nur Sinn bei einem OEM, der AMD-basierende Systeme im Angebot hat. Und dann muss er natürlich auch diese Lizenz anbieten können. Und nach meinem Kenntnisstand ist es die Firma Dell. Und die Firma Hewlett-Packard-Enterprise. Beide können diese Option anbieten. Es ist also auch hier wieder eine OEM-exklusive Variante. Das ist also nichts, was als Volumen-Lizenz verfügbar wäre. Eine spannende Option, wenn wir sehr leistungsfähige AMD-basierte Systeme haben. So, das ist die Lizenzierung im Schnelldurchlauf. Wenn es Fragen gibt, nutzt gerne die Chat-Funktionalität, um eure Fragen zu stellen. Ich fasse zusammen, Hyper-V gibt es in verschiedenen Optionen. Wenn ich dort Windows Server-Workload laufen lassen möchte, lande ich sicher sehr schnell bei Standard oder bei Data Center. Bei Standard kann ich stacken, was die Kerne angeht, um mehr als zwei virtuelle Nutzungsrechte zu erhalten. Und bei Data Center habe ich unlimitiert viele virtuelle Nutzungsrechte enthalten, wenn ich alle Kerne lizenziere. Bei Data Center gibt es zwei Spezialfälle, die es nur im OEM-Umfeld bei ausgewählten OEMs gibt. Einmal für Einstiegssysteme mit kleiner gleich acht Kernen, wo wir die Robo-Lizenz haben für Data Center, die die Lizenzkosten halbiert. Und der zweite Spezialfall auch wieder nur bei ausgewählten OEMs für AMD-basierende Systeme, wo wir einen Cap haben auf 32 Kerne pro Sockel, die zu lizenzieren sind. Gut, damit würde ich jetzt zu dem Live-Demo-Teil kommen. Ihr nutzt aber weiterhin die Chat-Funktionalität für eure Fragen, gerne auch wenn im Rahmen des Live-Demo-Teils irgendwelche Fragen zur Lizenzierung noch entstehen. Wir wollen uns nämlich jetzt anschauen, wie wir Hyper-V unter Windows Server 2019 einrichten, wie wir es aktivieren. Und ich werde jetzt nicht in den einzelnen Teilen trennen, also wir schauen uns an das Aktivieren von Hyper-V unter Windows Server 2019. Wir schauen uns an die Hyper-V-Server-Anstellungen und wir werden uns auch gleich Hyper-V unter Windows 10 anschauen, denn es gibt bei der Installation immer wieder mal Wartezeiten zwischendurch und die kann ich dann sinnvoll nutzen, indem ich auf das jeweils andere System rüber wechsle. So, schauen wir mal rein. Wir haben als erstes einen Hyper-V-Host, das ist ein Windows Server 2019, den habe ich uns frisch installiert. Das ist ein Server, der befindet sich schon in der Domäne. Der hat ein Systemlaufwerk, der hat ein Laufwerk, was ich dann für die virtuellen Maschinen vorgesehen habe. Und, naja, ansonsten ist er mit dem aktuellen Bild des Servers installiert. Ich habe da jetzt noch keine Windows-Updates durchgeführt. Es ist ein Windows Server Standard, weil alles, was wir hier machen, ist auch im Windows Server Standard verfügbar. Das möchte ich an der Stelle zeigen, wer Datacenter nutzt. Da funktioniert das alles ganz genauso. Als erstes müssen wir mal Hyper-V installieren. Da gehe ich auf Manage, Add Roles and Features, also Rollen und Features hinzufügen. Gehe dort auf Next, Rollen oder Feature-basierte Installation. Nochmal auf Next, dann wähle ich hier den Server aus, auf dem das passieren soll. Und hier haben wir das Hyper-V. Was ich immer betone an der Stelle, Features füge ich hinzu, wenn ich Hyper-V auswähle, sollte ich hier keine anderen Rollen installieren. Das heißt, ich habe hier Hyper-V, der Rest bleibt leer, da kommt nicht noch ein Domain-Controller oder ähnliches mit drauf. Mein Domain-Controller kann dann in der VM laufen. Meine Monitoring-Software kann in der VM laufen, aber bitte nicht auf dem Hyper-V-Host. Der Hyper-V-Host, der ist wirklich für die Bereitstellung von Hyper-V reserviert. Jetzt ist immer die Frage, was darf ich denn dort installieren? Naja, wenn ich eine Backup-Software habe, muss ich meinen Backup-Agent dort installieren, aber nicht die Backup-Software an sich. Wenn ich einen Virenschutz habe, muss ich meine Antiviren-Agent dort installieren, aber nicht die Management-Software an sich. Wenn ich zum Beispiel die Daten, die Duplizierung nutzen möchte, dann muss ich die Daten, die Duplizierung dort installieren, aber bitte nicht den Server als Fileserver nutzen, bloß weil da jetzt eine Fileserver-Komponente mitkommt. Also von daher, das ist okay, DNS, DHCP, Active Directory und so weiter sind absolut nicht okay. Also keine zusätzlichen Rollen, das Daten, die Duplizierung ist eine Rollenkomponente und die dürften wir installieren, sonst könnten wir ja auf einem Hyper-V-Host kein D-Dub nutzen. Hyper-V habe ich ausgewählt. Wie sieht es mit Features aus? Mit Features gilt das Gleiche, den Hyper-V-Host schlank halten, aber wenn ich einen Cluster aufbaue, muss zum Beispiel das Failover-Clustering drauf. Wenn ich eine Data-Center-Edition hätte und Storage Spaces Direct nutzen möchte, dann muss ich Data-Center-Bridging installieren. Also es gibt Szenarien, wo auch zusätzliche Features erforderlich sind. Denn haltet euch einfach an die Regel, keine zusätzlichen Rollen, keine zusätzlichen Server-Dienste oder Server-Applikationen. Also bitte keinesfalls sowas wie ein SQL-Server oder Exchange oder sowas dort installieren. Und alles andere, was alles andere angeht, versuchen immer daran zu denken, wir sollten Hyper-V-Host, also diesen Parent, den wir vorhin als die erste Säule gesehen haben, so schlank wie irgendwie nur möglich halten. Gut, ich installiere bei uns vielleicht mal noch das Windows Server-Backup mit. Das können wir durchaus mal nutzen, wenn wir Zeit haben, denn damit lassen sich sehr schön virtuelle Maschinen sichern und auch wiederherstellen. Jetzt geht es um die Hyper-V-Einstellungen und ich werde alle Einstellungen hier unkonfiguriert lassen, weil das geht im Nachgang viel flexibler. Er bietet mir hier an, einen virtuellen Switch anzulegen, der aber dann einen Namen hat, den ich nicht will, den ich auch umbenennen, den ich dann wieder umbenennen müsste. Die Live-Migrationseinstellungen, die mache ich lieber dann mit allen Optionen später im Hyper-V-Manager. Und auch das Default-Storage kann ich im Nachgang umstellen, werde ich auch im Nachgang umstellen. Also von daher, das hier sind Einstellungen, ist ein typischer Assistent, wo man sagt, naja, ist okay, dass die da sind, aber ich konfiguriere das im Nachgang lieber richtig und passend. Und von daher lasse ich die hier in den Default werten. Dann bekomme ich eine Zusammenfassung und ich weiß, dass der Server bei der Installation von Hyper-V neu starten muss. Also wähle ich diese Option Restart Destination Server Automatically, if required, klicke auf Install. Und jetzt installiert er uns Hyper-V auf diesem Server und wird im Rahmen dieser Installation zweimal neu starten. Also wenn wir jetzt ganz viel Zeit investieren wollten und sagen würden, wir wollen unbedingt den Installationsprozess mitverfolgen, dann wird man sehen, der startet zweimal neu. Das wollen wir aber jetzt nicht machen. Wir wollen die Zeit effizient nutzen und während der Server Hyper-V installiert, schauen wir uns das gleiche mal ganz kurz am Client an. Ich habe hier ein Client 12, auch ein frisch installiertes System und ich werde hier auf diesem System einmal die Systemsteuerung aufrufen oder das Control Panel. Hier gibt es nämlich den Eintrag Programme und hier gibt es Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Das ist das, was wir benötigen, Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, wo ich beim Server Rollen und Features hinzufüge, gehe ich hier in Systemsteuerung, Programme, Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Features. Was uns interessiert ist Hyper-V. Bei Hyper-V sehen wir, da kommt die Hyper-V Plattform mit, mit dem Hyper-V und den Hyper-V Diensten und es kommen die GUI-Verwaltungstools und die Module für die PowerShell mit. Okay, das machen wir. Erforderliche Dateien werden gesucht und werden anschließend installiert. Änderungen werden angewendet bei diesem System. Man hat den Eindruck, dass das vielleicht ein bisschen schneller als beim Server geht. Ist auch minimal schlanker. Was beim Client wichtig zu wissen ist. So, jetzt möchte der neu starten. Der Client nutzt Hyper-V für unheimlich viele seiner Security Features. Es gibt da die sogenannte Virtualization-Based Security, die wir unter Windows 10 haben. Und da ist Hyper-V, auch wenn es nicht installiert ist, von der Technologie her im Einsatz. Es ist allerdings so, dass wir, um Hyper-V zum Anlegen von VMs und zum Konfigurieren von virtuellen Switches nutzen zu können, müssen wir Hyper-V dann wirklich, so wie ich es jetzt gerade mache, erst noch installieren. So, Client soll ich nicht ausschalten. Da wird das Ganze gerade fertiggestellt. Jetzt schauen wir mal an den Server an. Der Server ist neu gestartet. Und der Server sagt mir jetzt hier gleich, dass er die Installation von Hyper-V abgeschlossen hat. Das dauert einen ganz kurzen Moment, bis das geladen ist. So, und das ist genau das Fenster, was ich meine. Installation Progress, View Installation Progress, Feature Installation. Und hier sehen wir, dass Hyper-V dort Teil der Installation ist. Und es ist wichtig, dass das wirklich abgeschlossen ist. Das heißt, der Neustart ist schon durch. Oder die zwei Neustarts. Jetzt muss aber das Setup noch abgeschlossen werden. Das sehen wir jetzt hier. Das Ganze war erfolgreich. Und über ein Close kann ich das jetzt hier abschließen. Jetzt bleiben wir mal am Server und schauen dann gleich nochmal zum Client drüber. Am Server, wenn ich jetzt auf Tools gehe, gibt es den Hyper-V Manager. Und ihr erinnert euch, im letzten Monat hatten wir das Windows Admin Center als Fokusthema. Natürlich kann ich viele, viele der Hyper-V Funktionalitäten auch im Windows Admin Center nutzen. Ich gehe hier aber bewusst auf den Hyper-V Manager, weil ich davon ausgehe, dass die allermeisten den Hyper-V Manager kennen, immer noch als primäres Tool. Wer doch schon sehr stark mit dem Admin Center arbeitet, kann sich ja auf youtube.com slash Manfred Helber die Aufzeichnungen des letzten Monats anschauen, wo es um das Windows Admin Center geht. Und da ist auch ein Video dabei zum Thema Hyper-V Management. Das heißt, da haben wir Hyper-V schon mit dem Windows Admin Center verwaltet. Wir konzentrieren uns jetzt hier zunächst mal noch auf den Hyper-V Manager zur Verwaltung an der Stelle. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das hier aussieht. Wir haben auf der linken Seite unsere Hyper-V Server. Wir haben hier die virtuellen Maschinen, die Checkpoints und die Details unten. Und auf der rechten Seite haben wir die sogenannten Actions. Da bietet es sich an, als allererstes auf die Hyper-V Settings zu gehen. Ich hatte schon erwähnt, wir werden die Pfade anpassen. Das hat er mir beim Setup angeboten. Er hat aber dann Standardpfade übernommen, wo ich sagen kann, für den Server und aber auch für den Client machen die keinen Sinn. Das heißt, ich gehe hier mal auf Browse und sage, meine virtuellen Maschinen, die hätte ich gerne auf Laufwerk E in dem Ordner VMs. Empfehlung ist, dort den Pfad für Virtual Machines und Virtual Hard Disks identisch zu wählen. Dann habe ich nämlich meine Virtual Machine Konfigurationsdatei und meine zugehörigen virtuellen Festplatten im gleichen Ordner drin. Das ist durchaus sinnvoll, das zu machen. Das habe ich hier schon mal eingestellt. Wenn es noch so in blau und fett markiert ist, dann ist es noch nicht übernommen. Über ein Apply könnte ich das mal anwenden, dass die Pfade hier schon mal drin stehen. Dann hat er bei dem Setup nicht gefragt, nach dem sogenannten Enhanced Session Mode. Der Enhanced Session Mode ermöglicht es uns, dass wir uns auf eine virtuelle Maschine verbinden, ohne dass die virtuelle Maschine eine Netzwerkkonnektivität haben muss. Aber wir haben bei dem Verbinden den Komfort einer RDP-Verbindung. Ohne den Enhanced Session Mode müssten wir uns dann wirklich auf die VM per RDP verbinden oder wir haben halt nur die Funktionen der Konsolensitzung, die ein bisschen reduziert ist. Es gibt dort zum Beispiel keine vollständige Zwischenablage. Wir können keine Dateien über die Zwischenlage austauschen, sondern nur Textinformationen. Wir können auch nicht auf lokale Laufwerke oder Drucker oder Ähnliches zugreifen. Das ist natürlich im Enhanced Session Mode schon ein bisschen komfortabler. Deswegen wäre meine Empfehlung, den zuzulassen, dass wir die Funktionalität grundsätzlich haben. Gleichzeitig wäre aber meine Empfehlung, in der User-Konfiguration den Enhanced Session Mode nicht als Default zu nehmen. Das bedeutet also, über die Einstellung bei dem Server, also die erste rot markierte, habe ich den Enhanced Session Mode grundsätzlich zugelassen. Über den zweiten rot markierten Kasten habe ich jetzt sichergestellt, dass der Enhanced Session Mode nicht der Standard ist, sondern eine Option, die wir bei Bedarf aktivieren können. Wenn wir das nicht anpassen, dann würde jeder User immer automatisch mit dem Enhanced Session Mode verbunden und das werden wir gleich sehen, ist auch nicht immer perfekt geeignet an der Stelle. So, jetzt haben wir Enhanced Session Mode Policy. Wir haben den Enhanced Session Mode. Wichtig ist, dass eine User-Konfiguration, das bedeutet, wenn sich ein anderer User anmeldet an diesem Host, also ein anderer Administrator mit einem anderen Benutzernamen, dann müssen wir diese Einstellung erneut vornehmen. Jetzt schauen wir mal bei den Server-Einstellungen noch ein bisschen, also die ist userbezogen. Numa ist ein spannendes Thema, da geht es um die Frage, dürfen denn virtuelle Maschinen Ressourcen über Numa-Knoten hinweg konsumieren? Numa-Knoten haben wir, wenn es Hosts gibt mit mehreren Prozessorsockeln, wo der Non-Uniform Memory Architecture, also Numa-Knoten, letztendlich einen Teil des Speichers verwaltet. Nur wenn ich das Numa-Spanning zulasse, kann ich Ressourcen über die Grenzen eines CPU-Sockels hinweg verwenden. Das ist zunächst mal eine Sache, was die Flexibilität erhöht. Allerdings haben die CPUs unterschiedliche Bandbreite zwischen den Sockeln. Und das könnte wiederum ein Grund sein, warum wir das vielleicht limitieren. Das ist zum Beispiel der Grund auch, warum es von Intel CPUs gibt, Bronze, Silber, Gold, Platin. Nur die ganz großen CPUs haben die volle Bandbreite zwischen den CPU-Sockeln. Bei so einem Bronze-Prozessor zum Beispiel gibt es da durchaus gewisse Leistungseinbußen. Dann geht es um die Live-Migration. Wir haben einen Single-Host, trotzdem unterstützt er die Live-Migration. Das ist also nichts, was nur im Cluster geht. Das ist die sogenannte Shared-Nothing-Live-Migration. Die können wir hier aktivieren. Ich kann ihm hier sagen, welches Netzwerk verwendet wird, wie viele parallele Live-Migrationen möglich sind. Jetzt habe ich etwas gesagt, was so nicht ganz richtig ist. Zur Shared-Nothing-Live-Migration wird das, wenn ich auch die Storage-Migration zulasse. Die ist aber standardmäßig aktiviert. Also Live-Migration der virtuellen Maschine in Verbindung mit der Storage-Migration ermöglicht es mir, letztendlich diesen Verschiebevorgang durchzuführen. Gut, okay. Dann haben wir hier eine Frage im Chat. Wie werden die NTFS-Rechte für EVM am sinnvollsten bzw. am sichersten gesetzt? Wichtiges Stichwort ist schon mal NTFS. Wir haben nämlich für dieses Laufwerk zwei mögliche Optionen, die wir verwenden können. Wir könnten verwenden das Resilient File System oder das NTFS. Und beides hat so seine Vor- und Nachteile. Also NTFS ist natürlich das etablierte, bekannte Dateisystem. Das ReFS ist das neuere, performantere, sichere Dateisystem. Das ReFS würde ich immer empfehlen, wenn es Single-Laufwerke sind. Das würde ich immer empfehlen, wenn wir die Storage-Pool-Funktionalität im Venom-Server nutzen. Das ist die dringend empfohlene Variante oder in vielen Fällen auch die einzige supportete Variante, wenn wir Storage Spaces Direct implementieren, also eine Hyper-Converged Infrastructure, ein hochverfügbares Szenario. NTFS ist hingegen perfekt, wenn ich die Kompatibilität brauche, die Flexibilität, wenn ich vielleicht dort Hardware-Komponenten habe, wo ich nicht sicher weiß, wie sieht es mit der Unterstützung von ReFS aus, wenn ich Controller habe, wo ich nicht sicher weiß, wie ist es mit der Unterstützung von ReFS und wenn ich vor allem auch eine Backup-Software habe, wo ich nicht sicher weiß, ob ReFS durchgängig unterstützt wird. Dann bin ich da mit NTFS eigentlich recht auf der sicheren Seite. Jetzt haben wir auf Laufwerk E, ich habe es mit NTFS formatiert bei mir, einfach weil wir hier gerade ein bisschen, sagen wir mal, klassisch oder traditionell arbeiten. Hier gibt es natürlich den Ordner VMs und wenn ich hier mal auf die Sicherheitseinstellungen gehe und Security, und mir das mal anschaue, dann sehen wir, es gibt hier das System, das hat Vollzugriff, es gibt die Administratoren, es gibt die User. Die User, die müssen hier nicht zwingenden Zugriff haben, das ist geerbt vom Systemlaufwerk. Zugriff muss haben der Knoten selbst, also das System. Und meine Empfehlung ist, dass die Hyper-V-Administratoren dort Zugriff haben, das macht es ein bisschen unkomplizierter. Weitere Rechte brauchen wir dort nicht. Wo wir auch drauf achten sollten, haben wir irgendwie Zusatzsoftware, die da vielleicht nicht unbedingt arbeiten sollte. Das kann man jetzt aber nicht so pauschal beantworten, aber so ein Richtwert ist zum Beispiel ein Virenscanner, sollte die VHDX-Dateien, die dann dort liegen, nicht unbedingt scannen, damit wir dort keine negativen Einflüsse haben. Gut, also von daher das System selbst, plus die Administratoren, aber nur die Hyper-V-Administratoren würde ich empfehlen. Also nicht so eine globale Administratorgruppe, sondern die Hyper-V-Administratoren. Gut, jetzt haben wir unseren Hyper-V-Manager, die Server-Einstellungen soweit vorgenommen. Jetzt schauen wir mal, was unser Client dazu bieten hat. Der Client ist jetzt auch fertig. Am Client haben wir das soweit auch installiert. Ich habe bloß das falsche Passwort. So, wir werden nämlich feststellen, der hat auch einen Hyper-V-Manager mit einer kleinen Erweiterung, die recht komfortabel ist. Die schauen wir uns gleich an. So, jetzt suche ich mir hier mal den Hyper-V-Manager heraus. Und wir sehen, Hyper-V-Manager sieht ähnlich aus wie am Server. Wenn ich hier auf die Hyper-V-Einstellungen gehe, dann sehe ich auch, hier gibt es die Pfade. Die könnte ich ändern. Also ich könnte hier sagen, Moment mal, das will ich nicht in dieses komische Verzeichnis, sondern ich hätte hier gerne einen Ordner Virtual Machines. Den würde ich gerne auswählen. Und auch die virtuellen Computer hätte ich dort gerne. So, auch hier gibt es das Numa-Thema. Wir sehen, es gibt hier keine Live-Migration. Es gibt die Speichermigration. Ja, aber es gibt nicht die Shared-Nothing-Live-Migration. Also ich könnte nicht eine virtuelle Maschine im laufenden Betrieb auf einen anderen Host verschieben. Ich habe hier keine Hyper-V-Replika-Einstellungen. Ich habe hier auch keine Möglichkeiten, Cluster zu bilden, aber so als Single-Hyper-V-Host für Test- und Entwicklungszwecke durchaus perfekt geeignet. So, dann haben wir die Richtlinie für den erweiterten Sitzungsmodus. Da sehen wir, die ist am kleinen Standard mäßig zugelassen. Der erweiterte Sitzungsmodus ist dort auch der Standard. Na ja, da ist jetzt die Frage, wie ich es handhabe. Also ich für meinen Verwendungszweck würde das auch hier rausnehmen. So, jetzt wende ich das mal an. Jetzt gibt es hier eine Besonderheit. Wenn ich am Server eine neue virtuelle Maschine erstelle, dann gibt es ausschließlich den Assistenten für eine neue virtuelle Maschine. Im Windows Admin Center gibt es da ein paar neue Features, aber letztendlich haben wir das Tool hier mit einem Assistenten für eine neue VM an der Stelle. Wenn wir jetzt hergehen und uns das am Client anschauen, dann sehen wir, wir können eine neue virtuelle Maschine erstellen. Es gibt aber auch die Schnellerstellung. Und wenn wir uns die Schnellerstellung anschauen, dann sehen wir, in der Schnellerstellung gibt es schon ein bisschen was drin. Da gibt es nämlich hier ein MSIX Packaging Tool. Dann gibt es Ubuntu 18.04, 19.10, 20.04, eine Windows 10 Entwicklungsumgebung. Und das möchte ich mal ganz kurz an einem anderen Client zeigen, wo ich schon ein bisschen was vorbereitet habe, hier an dem Client 02. Da habe ich nämlich schon mal die ein oder andere Umgebung heruntergeladen, denn wir können es ja mal anstarten an dem Client 12. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will Ubuntu 19.10 installieren und ich erstelle den virtuellen Computer, dann wird das Image hier heruntergeladen. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, sind zwar nur zwei Gigabyte, aber trotzdem dauert es ein bisschen. Deswegen habe ich das schon mal vorbereitet. An dieser Maschine hier, da haben wir auch den Hyper-V Manager. Und da gibt es auch schon ein paar VMs. Da will ich aber mal auf die Schnellerstellung gehen. Und auf der Schnellerstellung sage ich ihm hier, ich hätte gerne so eine VM mit Ubuntu 19.10. Virtuellen Computer erstellen. Und dann sehen wir, jetzt lädt der nicht erst runter, weil das hat er da schon runtergeladen, sondern er erstellt jetzt gleich die VM. Image wird überprüft. Das schaut doch sich nochmal an, ob das passt. Und dann wird die VM deployed und dann habe ich im Hintergrund eine neue VM Ubuntu 19.10 und die kann ich dann 0.3 nennen oder die kann auch ohne weitere Extension da stehen bleiben. Das heißt, der Schnellerstellungsassistent, der hilft uns da ein bisschen mit solchen Vorlagen zu arbeiten. Leider gibt es da von Microsoft nur ganz wenige. Allerdings zeige ich gleich, wie wir das Ganze auch mit einem neuen Objekt machen können. Also jetzt wird der Datenträger aus dem Imagearchiv extrahiert. Das ist jetzt ein bisschen von unserem Storage abhängig. Also diese VM hier, wo ich das gerade abbilde, die läuft auf einem SSD-basierten Storage, hat also da sicher einen sehr guten Durchsatz, aber es müssen halt auch einige Gigabyte extrahiert werden, also ausgepackt werden und dort bereitgestellt werden. Ist, denke ich, eine praktische Sache. Wer jetzt sagt, mit diesem Assistent kann ich gar nichts anfangen, ich mache das lieber selbst mit meinem bewährten Vorgehen, wie ich es auch vom Server her kenne, dann gehe ich dort auf Neu und virtuellen Computer erstellen. Jetzt lassen wir den hier mal ein bisschen arbeiten, schauen in der Zeit ganz kurz mal auf den 12er. Da sehen wir, da wird das Ganze noch heruntergeladen. Also das ist gut, dass wir da nicht abwarten an der Stelle. Und wir gehen nochmal zurück auf den Server, weil auf dem Server habe ich ja auch schon gestartet, dieses New Virtual Machine. Wir werden uns noch intensiv mit den virtuellen Maschinen und den Einstellungsoptionen in den nächsten Terminen beschäftigen, was mir aber schon mal wichtig ist. Wir haben die Einstellungen für die VM gewählt und ich möchte dieser virtuellen Maschine einen Namen geben. Also ich nenne die zum Beispiel mal D110-HV04-VM01. So, jetzt ist wichtig, dieses Häkchen hier zu setzen. Wir sehen zwar im Hintergrund steht hier, wir haben eine Location EVMs. Naja, aber er würde dummerweise in EVMs alles reinschmeißen. Durch Setzen dieses Häkchens hier, Store Virtual Machine in a Different Location, erreiche ich, dass der Mechanismus hinter diesem Assistenten hier einen Unterordner generiert, der den Namen der virtuellen Maschine trägt. Das heißt, es wird, wenn ich immer dieses Häkchen setze, für jede virtuelle Maschine unter EVMs ein Unterordner entstehen, so dass ich all meine Daten strukturiert da stehen habe. Und es ist absolut sinnvoll, das zu machen, wenn ich die VM über das Windows Admin Center anlege, so wie ich das letzten Monat gezeigt habe, dann passiert das automatisch. Aber das Windows Admin Center hat halt noch nicht alle Features, die wir im Hyper-V Manager zur Verfügung haben. Also es gibt dort immer noch ein kleines Gap. Also von daher, hier bitte unbedingt dran denken, immer dieses Häkchen setzen, auch wenn wir dann gar nicht auf Browse, gar nicht auf Durchsuchen gehen. Das bleibt alles so, wie es ist. Aber diese Option sagt ihm quasi, bitte Unterordner anlegen. Naja, dann wird das eine Generation 2 Virtual Machine in meinem Fall. Wir haben Memory, gebe ich der VM mal 2 Gigabyte. Memory hier, ich könnte gleich Dynamic Memory aktivieren. Ich kann festlegen, mit welchem virtuellen Switch die konnektiert ist, die VM. Ich kann die Größe der virtuellen Festplatte anlegen, wenn es eine VHDX ist, maximal 64 Terabyte. Da immer darauf achten, dass die VHDX-Dateien nicht zu riesig werden, sodass man die auch noch handeln kann. Naja, und dann geht es um die Frage, wie mache ich das mit dem Operating System? Auf meiner VHDX könnte ja schon ein gesysprepptes Image drauf sein, sodass das beim Einschalten gleich entsprechend angepasst wird. Ich habe aber bei mir hier ein Verzeichnis vorbereitet, wo es ISO-Dateien gibt. Ich möchte den Server 2019 dort rein installieren. So, und über den Finish wird mir die VM angelegt. Einstellungen kommen, wie gesagt, in einen der nächsten Termine noch. Was ich jetzt noch kurz zeigen möchte, wenn ich jetzt die virtuelle Maschine starte, mich drauf verbinde, dann habe ich eine klassische Connection, eine Konsolenverbindung. Und in dieser Konsolenverbindung muss ich ganz normal eine Taste drücken, dass das Setup startet, über View und dann Enhanced Session, könnte ich auf den Enhanced Session Mode umschalten. Das dauert aber entsprechend, bis die Maschine dann die vollständigen Integrationsdienste geladen hat. Also von daher sehr unkompliziert. Ich lege jetzt hier noch ganz kurz das Tastatur-Layout fest und lasse da mal so eine Installation loslaufen. Wenn ich hier ein vorbereitetes Image gewollt hätte, egal ob Linux oder Windows, dann hätte ich das selbst machen müssen. oder im Windows Admin Center eventuell das neue Cloning Feature verwenden, wo ich die Möglichkeit habe, das hatte ich ja auch letzten Monat gezeigt, dass wir so eine Maschine komplett klonen können. Hier sehen wir, Server Standard würde den als Core installieren, Desktop Experience, dann ist die GUI dabei. Ich wähle mal die GUI-Installationsvariante aus und akzeptiere den Lizenzvertrag und lasse das Ganze installieren. Jetzt schauen wir, was in der Zwischenzeit auf dem Client passiert ist. Client 02 hat die VM fertig. Ich könnte die Einstellungen bearbeiten oder mich drauf verbinden. Wenn ich mich drauf verbinde, sehe ich die virtuelle Maschine und ich kann die direkt starten. Der Vorteil an diesen schnell erstellten VMs ist, die sind fertig. Da muss ich jetzt kein Ubuntu installieren, sondern es ist schon eine Ubuntu-Installation drin. Wenn ich es denn möchte, ich bin jetzt nicht so der Linux-Mensch, also ich würde da eher ein Windows drin haben wollen. Jetzt haben wir aber gesehen, bei der Schnellerstellung gibt es keinen Windows-Server. Das gibt es dort einfach nicht als Package. Jetzt könnte ich ein eigenes Package erstellen und es dort bereitstellen, wenn ich häufig solche Windows-Server ausrolle am Client. Ich könnte aber auch sagen, ich nehme eine lokale Installationsquelle. Könnte ich die Installationsquelle ändern und könnte sagen, meine Installationsquelle ist auf Laufwerk C im Ordner Sources, der Windows Server 2019. Dann wähle ich den aus und sage, virtuellen Computer erstellen. Im ersten Moment geht es gefühlt viel schneller. Jetzt habe ich euch eine Kleinigkeit nicht gezeigt. Ich mache das Ganze nochmal. Lokale Installationsquelle. Und zwar möchte ich gerne aus Sources den Windows Server. Ich sollte auf jeden Fall auf die weiteren Optionen klicken, sonst bekomme ich so einen neuen virtuellen Computer wie hier, den ich nachträglich umbenennen muss. Kann ich aber gleich hier machen. Wie gesagt, das ist ein Windows Server 2019. Und zwar die Maschine 01. Ich nenne es auch mal VM01. So, dann kann ich noch den virtuellen Switch wählen und über virtuellen Computer erstellen, wird er dann generiert. Also es ist nichts anderes als ein Assistent, der das ein bisschen schneller für uns macht. Warum geht das so schnell? Naja, der macht nichts anderes als eine VM erstellen, wo die ISO gemountet ist. Das heißt, da ist noch kein Betriebssystem drin. Wenn ich mir das jetzt anschaue und wenn ich jetzt letztendlich mich auf diese Maschine verbinde und die starte, werde ich sehen, ah, da startet ein Windows Server Setup. Das heißt, den muss ich da genauso, wie ich es vorhin am Server gemacht habe, erst noch installieren, damit das wirklich funktioniert. Aber wir haben gesehen, Hyper-V gibt es am Client, gibt es am Server, ähnliche Server-Einstellungen. Aber am Server haben wir dann so Dinge wie Live Migration und Hyper-V Replica. Das haben wir am Client nicht zur Verfügung. Ist logisch, der hat den Fokus auf dem Einzelplatzsystem. Gut, weiterhin könnt ihr eure Fragen über den Chat stellen. Ich möchte zum Schluss ganz kurz auf unsere nächsten Events und Termine hinweisen. Einmal nochmal auf youtube.com slash Manfred Helber. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, warum nimmt ihr denn kein Windows Admin Center oder warum erwähnt ihr das so oft? Schaut euch einfach die Videos an, die ich dort auf meinem YouTube-Kanal habe. Das Thema Windows Admin Center haben wir extra beleuchtet und hier bewusst nochmal Hyper-V Manager, weil ich davon ausgehe, dass es die meisten von euch verwenden. Ich werde aber in den nächsten Sessions dann auch immer wieder mal auf das Windows Admin Center zurückgreifen. Nächste Sessions ist ein gutes Stichwort, weil nächste Woche, also genau heute in einer Woche, wieder um 13 Uhr, geht es um virtuelle Switches und Teaming mit Fokus auf Hyper-V. Ist ein spannendes Thema, gibt es nämlich was Neues. Ich hatte es schon erwähnt, das Switch Embedded Teaming. Also freue ich mich, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Das ist der gleiche Link wie heute, der ändert sich nicht. Wenn euch das Thema Hyper-V interessiert, könnt ihr auch euch das Thema Azure Stack HCI interessieren, womit wir eine Hyper-Converged Infrastructure-Lösung aufbauen können. Da haben wir am 30. September 2020 ein tagesfüllendes Online-Event. Seid ihr herzlich eingeladen, euch kostenfrei anzumelden unter manfredhelber.de slash webday. Azure Stack HCI heißt nicht, dass ich Azure nutzen muss. Es gibt zwar eine Variante, die an Azure gekoppelt ist, es gibt aber auch eine Variante, wo wir das ganz normal lokal disconnected betreiben. Also ist es sicher sinnvoll, da mit dabei zu sein, um sich da auf dem aktuellen Stand zu sein. Freue ich mich, wenn ihr euch anmeldet unter manfredhelber.de slash webday. Und wenn ihr das macht, werdet ihr sehen, oh, da ist noch ein zweiter Webday online, nämlich der Webday zum Thema Microsoft Exchange. Da gab es in letzter Zeit sehr viele Fragen dazu. Wir haben dort einen sehr erfahrenen Referenten, den Thomas Stensitzky, der den Tag mit mir zusammengestalten wird. Und der Fokus steht dort auf Exchange 2019. Aber es gibt natürlich auch Themen in Richtung Exchange Online, weil um Exchange Online kommen wir da nicht mehr drum herum. Und einen dritten Webday wird es geben, den könnt ihr euch schon mal im Kalender blocken. Der zu Exchange ist ja am 29. Oktober. Der zu Azure Stack HCI und Storage Spaces Direct ist am 30. September. Und der zum Thema Modern Workplace, der ist am 25. und 26. November. Der ist da sogar zweitägig. Und ganz zum Abschluss noch kurz die Information. Wir haben natürlich auch um 9 Uhr immer einen Slot. Da geht es aktuell um das Thema Windows 10 und Device Management. Und am 14. September, das ist heute in einer Woche, geht es um das Verwalten von Windows 10 Devices ohne lokales Active Directory. Und damit sage ich euch an der Stelle, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Teilnehmen, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank fürs Interesse. Ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Montag wiedersehen. Und zwar um 9 Uhr für Windows 10 und Device Management und um 13 Uhr für Hyper-V. Wenn es Anmerkungen gibt, gerne den Chat nutzen. Wenn es Fragen gibt, gerne noch den Chat nutzen. Ich bin noch ein paar Minuten online. Und ansonsten hören wir uns gerne am Montag und vielleicht ja auch am Freitag, wo wir unseren WBSC Talk haben, der wie immer über YouTube ausgestrahlt wird. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.